Oh, was? Check mal auf Nilfand, das Infinite Craft und versuch auf Drake zu kommen. Ist vom Macher des Passwortgames. Oh, ist das, wo man so zwei Sachen zusammen machen kann immer? Und dann so Feuer, Wasser und dann kommt das raus. Boah, das klingt geil. Alright. Also der Rapper, oder? Okay, keine Ahnung. Wir machen mal Erde und Feuer. Ah ja. Okay, Lava. Ich meine, wir müssen irgendwie auf Musik kommen, I guess, right? Machen wir Lava und Wasser ist Stein. Okay. Ach so, okay, man schaltet das dann einfach frei. Okay, also wir sollten einfach vielleicht mal ein bisschen was craften. Sand. Machen wir Sand und Feuer ist Glas. Machen wir Glas. Was ist Glas und Feuer? Oh, hier so eine Lupe. Oder so eine Linse. Warte, wie funktioniert Musik? Über Vibration, right? Also Strom. Wir brauchen Strom, I guess. Ich meine, wie funktioniert genau Strom? Also, ich meine, ich weiß es ungefähr, I guess. Ich weiß aber so, wie würde man das in Elementen beschreiben? Earthquake. Okay. Musik ist definiert durch Frequenzen. Da ist Earthquake nicht so weit weg. Ja, okay. Ich check. Earthquake. Ich weiß nicht, ob wir uns mit Earthquake... Shedder. Was heißt Shedder? Wie würde man Shedder übersetzen? So, Erschütterung. Ist Erschütterung das richtige Wort? Käse? Oh, mein. Okay, Bro. Okay. Good one. Shark Shed. Gute Arbeit. Wow. Banger. Banger. What the fuck. Gute Arbeit. Shards. Okay. Broken. Bro's like me for real. Destroy. Explode. Okay. Okay, warte mal. Vielleicht kommen wir auf Drake auch nicht über Musik, sondern über Cock. You know? Geh erstmal zu Menschen. Oh. Zu Menschen ist auch stark. Dann können wir nämlich Menschen und Musik irgendwann machen. Und können dann, ähm... Musiker bekommen. You know? Ich meine, ja, Wasser und Erde ist stark. Genau. Dann kommen wir auf Pflanze. Vielleicht Pflanze und Wasser ist... Swamp? Was ist Swamp? Also Sumpf einfach. Achso, okay. Ich war verwirrt wegen dem Logo hier. Dem Lacoste-Logo. Alter, wie kommen wir auf Leben, Chad? Man kann drei gleichzeitig machen. Danke für den unfassbar guten Link. Danke, Bro. Viermal Wasser. Oh, okay. Fisch. Fischbowl. Ja, okay. Also wir haben schon so... Lebewesen haben wir schon. Okay, was ist, wenn wir den Fisch grillen? Okay. Stark. Luft und Fisch? Danke, Chad. Ja, mit Flying Fisch kommen wir extrem viel weiter. Danke, Chad. Glückwunsch. Toll. Okay, was ist, wenn wir den Flying Fisch verbrennen? Oh! Ja? Ich meine, das ist nicht Drake, aber... Aber ist... Also es ist irgendwo in der Nähe. Ist irgendwo in der Nähe. Fisch und Erde. Alter, Crackspice Mutter. Holy shit. Let's go. Ähm, Bro. Bringt uns Whale irgendwas? Was ist, wenn wir den Wal grillen? Okay. Was ist, wenn wir mit Pflanz oder mit Erde? Islands. Ship. Sail. Pirate. Statue. Vase. Teleskop. Schwarzes Loch. Universum. What the fuck? Gravitation. Okay, okay, okay. Wir haben... Chad, wir haben... Wir haben ein großes... Wir haben ein großes... Wir haben ein großes... Big Progress gerade. Dracula. Okay, also wenn wir jetzt irgendwie so... Wer war dieser Vampir-Rapper-Guy? Es gibt doch einen. Cardi, oder? War das Cardi? Ja. Also da wären wir jetzt sehr nah dran gerade. Also ich glaube, wenn wir... Wenn wir Vampir oder Dracula zusammen machen mit Musiker, kommt vermutlich Lil Uzi... Ähm, äh, Playboy Cardi raus. Bro, wir müssen irgendwie auf Menschen kommen, Junge. Wie kommt man auf Menschen? Nutzvampir. Oh, so nach dem Motto, weil Vampir ja schon Mensch ist, so. Vampir und Spiegel. Ne. Äh. Oh! Herz! Okay, Herz auch stark. Das ist Herz und geborenes Herz zusammen. Damn. Das hat... Das hat mehr gehittet, als es sollte, Chad. Digga. Denk mal drüber nach, Alter. Holy shit. Warum war das so tief, Alter? Digga, chill. Ich wollte einfach nur Dreck zusammen craften, Alter. Holy shit. War guter Call, Feuer und... Passion! Okay. Das wäre bodenlos, wenn das funktioniert. Aber... Wir könnten das probieren. Okay, gut. Das... Es wäre auch weird gewesen, Bro. Real talk. Genau, aber ich... Also... Wir mussten es versuchen, Chad. Ja, wir können dieses Adam und Eva probieren. Da brauchen wir halt dann... Äh... Einen Baum und einen Apfel. Also wir brauchen Apfel und Wasser oder so. Ah, wie kommt man auf Apfel, Bro? Tree und Falling ist Apfel? Bro! Das ist... Alter! Timber. We're going, Timber! Tree und... Gravitation. Bro! Insane! Holy shit! Digga, das war... Das... Das ist genial gewesen. What the fuck. Real talk. Sehr smart. Okay! 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 Wie zum Fick kommen wir auf Eva, Bro? Also ich meine, Adam... Oh, jetzt Liebe. Okay, ja. True, true, true. Yo! Okay! Und jetzt Adam und Eva. Alright, ladies and gentlemen. Pause, Chaps. Boom! Also fühlt ihr das, was ich meinte vorhin? Ich hab das Gefühl, wir müssen jetzt versuchen, auf Musik zu kommen. Oder halt auf, äh... Sound, irgendwie sowas in diese Richtung. Genau. Human and Passion. Oh! Yo! Okay, warte mal. Wir kommen hier von Artist auf Painter. Was ist, wenn wir Artist und Artist machen? Painting. Masterpiece. Art. Was hat denn alles mit Musik zu tun? Also ich finde, Wind ist irgendwie so das naheliegendste. Sounds, Technik, Mikrofon, ja. Oh, ein Ohr ist auch gut. Ein Ohr... Alter, ein Ohr, Junge, wäre krass. Vielleicht können wir von Mensch auf Ohr, Junge. Dass wir das Ohr so abschneiden. Was ist... Können wir irgendwie auf Van Gogh kommen? Der hat doch sein Ohr abgeschnitten, oder? War das Van Gogh? Die Kombo ist ehrenlos. Ja. Ja, das ist bodenlos. Oh, Lupe und Mensch. Das ist... Alter, das ist stark. Das ist ein... Das ist ein Good One. Oh, okay. Kamera ist auch nicht schlecht. Vielleicht Kamera und Mensch. So ein Foto-Selfie. Ja, okay. Er ist ein Mirror-Selfie einfach, denke ich mal. Narzissus. Narzissim. Yo! Yo! Okay, okay, okay. Yo! Van Gogh ist genau das, was wir brauchten. Holy shit, okay. Und jetzt können wir vielleicht auf Ohr mit Woodcutter. Oh mein Gott! Okay. Holy shit, Alter, das ist Big Play. Okay, das ist krass. Okay, von Ohr kommen wir safe irgendwie zur Musik. Vielleicht ihr und Art einfach schon. Vielleicht ist das schon die Lösung. Ja! Alright, okay. Wir probieren das allererste. Music und Dragon. Versuch mal, über Holz zu kommen. Okay, wir probieren es jetzt einfach mal mit Human. Weil dann kommt wahrscheinlich Singer raus. Oh! Okay, das ist stark. Alter, das ist fucking strong, Chad. Und jetzt Dragon? Oh mein Gott. Ja! Let's go! Let's go! Oh mein fucking God. Holy shit. Alright, was machen wir jetzt? Ich will noch ein Wort machen, Chad. Digger, let's fucking go. Ich glaube nicht, dass es Basti Gäcki gibt, Chad. Okay, lasst uns als nächstes Minecraft machen. Weil in meinem Kopf ist es ziemlich einfach, aber ich glaube, so einfach ist es gar nicht. Meint ihr, Diamond Block bringt uns irgendwas? Diamond Block Human? Tschula. Diamond Block Kohle. Minecraft fällt mir gerade irgendwie, habe ich keinen Ansatz. Mach mit Chess etwas, weil es ein Spiel ist. Okay. Mhm. Ja, finde ich ein interessanter Take. Was ist, wenn wir jetzt einfach nochmal mit Mensch zusammenpacken? Warte, wir machen erstmal ein paar mehr Chess. Nein, 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 nein! Oh, okay, es ist noch alles da. Okay, holy shit. Oh mein Gott, what the fuck. Okay, Axt. Pick-Ecks? Okay, meint ihr Pick-Ecks und Diamond Block und dann haben wir es? Ah, fuck. Vielleicht Pick-Ecks und Diamond einfach? Alter, Pick-Ecks ist auf jeden Fall stark. Oh! Okay. Mein ist stark. Ich habe das Gefühl, wir brauchen jetzt sowas wie Videospiel. Vielleicht sollten wir jetzt versuchen, auf Gaming zu kommen. Fuck. Ich weiß, ich glaube, wir müssen einfach nur auf Gaming irgendwas kommen. Dann haben wir es. What the fuck? Ich habe einfach irgendwelche Gaming-Sachen probiert mit meinen. Junge, let's fucking go. Nicht möglich hier, ja. Bro, niemals. 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 Das ist so Cap. Sollen wir es tryen? Ich meine, wir sind nahe dran. Boden. Wir versuchen, das Unmögliche möglich zu machen. Schaltung gehen für Basti GHG. Alter, Steve und Apple. Oh mein Gott. Jobs. Okay, stark. Aber jetzt Steve und Jobs zusammen? Ist Apple. Okay. Alter, Self-Employed. Okay, das ist auch nicht schlecht. Self-Employed in Minecraft? Oh. Okay, das ist unfassbar strong. Holy shit. Alter, okay, warte mal. Wie würden wir auf den Namen Basti oder Bastian kommen? Ich glaube, anders ist es nicht possible. Gibt es irgendeinen Star, der irgendwie so in der Richtung heißt? Bastian durch Overwatch, maybe? Alter, was? Vettel, aber Vettel heißt Sebastian, oder? Ich glaube, die nächste Story ist actually, dass wir erstmal auf Deutschland kommen, Chad. Oder auf Germany halt. Aber ich weiß nicht genau, um ehrlich zu sein, wie wir das angehen. Wir müssen irgendwie, glaube ich, auf Krieg oder so. Wir haben, äh, warte mal, was hatten wir? Nicht Dirt, sondern wir hatten ein anderes Material. Ähm. Clay hatten wir vorhin. Vielleicht können wir daraus was machen. Oh, okay, Brick. House. Okay, House finde ich stark. Ich finde, House geht ein bisschen in die Richtung. Was kommt in House und Pirate? House und House. House, Town, City, Metropole, Megapole, also Megapole, also Megapole, hier, check schon. Wie kommen wir von, wie kommen wir von, wie kommen wir von hier auf, auf, von City muss es doch irgendwie auf, auf Land gehen, oder? Citizen, okay. Okay, was ist, wenn wir Slavery und Minecraft YouTuber machen? Dann passt die GHG raus. Okay, nee, leider nicht, schade, okay. Erde und Island, haben wir Island. Oh! Bro, das ist Big Call gewesen, holy shit. Okay, Land. Okay, wir wollen meine City und Love, soll ich mal probieren? Paris, okay. Vielleicht kommen wir von Paris irgendwie auf Europa, das wäre auch krass. Okay. Okay. Das ist gut. Paris und Krieg. Okay, gut. Ja? Da würden wir wahrscheinlich auch drauf kommen. Vielleicht Europe und Wall, ja? Oh! Alter, heftiger Call. Okay. Okay. Stark. Und jetzt Germany und Minecraft YouTuber. Wer zum Fick ist? Ryan, Digga. Okay, wir müssen jetzt, glaube ich, wirklich zu irgendjemandem kommen, der Basti heißt oder Bastian oder so. Meint ihr, wir sollten versuchen irgendwie auf Fußball, Bastian Schweinsteiger zu kommen? Also, Bastian Schweinsteiger wird es ja geben, oder? Der ist ja ultra famous, auch weltweit. Ich weiß nicht, ob wir von Bastian Schweinsteiger auf Bastian Only kommen. Haben wir irgendwas Sportenwiesiges schon gehabt, Chad? German Celebrity können wir mal tryen, ja. Was kommt da aus? Jetzt passt die Kierke. Probably match. Oh mein Gott. Oh mein, oh mein, oh mein Gott. Oh mein Gott. Die Brücke. Bro, bro. Bruder, ich war am Trinken. Oh mein Gott. Das war crazy gerade, Chad. Das war crazy. Der Bridge Incident. Also, wir müssen irgendwie auf Fußball kommen, denke ich. Und da ist jetzt die Frage, wie kommen wir auf Fußball am besten? Ist Bastian Schweinsteiger für irgendwas bekannt? Oh, Schwein, oder? Schweini. Ein Schwein. Wenn wir Schwein und Fußballer zusammen machen, dann könnte er kommen. Oh, Germany and Passion finde ich sehr stark, by the way. Vielleicht ist es leichter, auf Sebastian Vettel zu kommen. Okay, das ist sehr wild. Das finde ich sehr wild, Bro. Das ist auch wild. Vielleicht Love. Bro, warum kommt bei allem Hitler raus, Bro? Alter, Germany und Brazil, wäre krass. Continent und Tree wegen Amazonas in Südamerika. Also, ich glaube, mit Continent kommen wir auf jeden Fall auf Südamerika. Da werden wir auf jeden Fall auch irgendwie auf Brasilien kommen. Oder? Stark. Okay. Oh, von Amazon auf Twitch. Das könnte nochmal ein bisschen was bringen. Okay, was steht für Südamerika? Was ist Südamerika... Was könnte man mit Continent zusammenbauen, damit Südamerika rauskommt? Jungle. Afrika. Okay, ist auch nicht schlecht, aber... Desert. Rainforest mit Amerika ist stark. Oh, ja, ja, ja. Das ist ein guter Call. Ja. Mag ich. Man, Digga, wenn noch einmal Amazon oder Hitler rauskommt, Bruder, gib mir doch einfach, verfickt nochmal Südamerika, Digga. Jetzt kann doch nicht so schwer sein, Junge. Lean plus Wall ist down und dann down plus Continent. Ich glaube, dass es passieren wird. Oh, okay. Du bist ein perfekter Boss, danke. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Ja! Okay, und jetzt Germany. I don't know about that, Alter. Ich weiß nicht, ob wir den gewonnen haben. Ich glaube, da ist was anderes passiert, soweit ich gelernt habe. Okay, warte. Wie kommen wir von Germany, World Cup? Wie kommen wir hier auf Fußball? Einfach Human oder so? Ja! Okay. Okay. Alter, let's go! Okay, das ist Big Progress. Und jetzt nochmal Human. Vielleicht gehen wir auf Fußballspiel. Ja, geil. Und jetzt Germany. Nee, fuck. Okay, wie kommen wir von... Footballer? Meint ihr Schwein? Meint ihr, ist das... Also... Denkt ihr, es ist was, was international so bekannt ist, dass es in diesem Spiel hier möglich wäre? Wir können auf jeden Fall Celebrity mal tryen. Da würde irgendwie so Messi rauskommen oder so. Ja, okay. Okay, wir versuchen mal auf ein Schwein zu kommen. Wie machen wir das? Wie kommen wir auf ein Schwein? Farmer. Wir haben Farmer. Ich glaube, das müsste irgendwie möglich sein, oder? Von Farmer muss man irgendwie... Vielleicht mit einem Tier. Vielleicht gehen wir über Frog oder so. Oh ja, über Matt. Über Matt und Farmer vielleicht. Okay. Oh, fuck. Fußballer größer als Celebrity, größer als German. Messi. Goal. Vielleicht irgendwie auf Oktoberfest Bayern München. Oh, okay. Das ist stark. Auf Verein kommen. Wie können wir auf... Warte, warte. Genau, vielleicht das und Water. Oh, mein Gott. Good job. Okay, und jetzt Germany. Ich... Weiß nicht, ob Leute noch Oktoberfest. Ja, okay. Geil. Okay, okay. Das ist stark. Und dann Oktoberfest vielleicht mit Cedi zusammen. Hm. Team und Backcam. Oh, das ist stark, ja. Stimmt. Warum kommt da Loser? Vielleicht kommt da Basti-Giag. Schauen wir mal. Bro. Digga. Was hat PewDiePie gemacht, Alter? What the fuck? Was kommt bei Loser und Germany? Da wäre es mal wirklich stark, wenn jetzt Hitler kommen würde. Oh, mein Gott. Danke. Germany und Goalie? Neuer. Hat Neuer bei München gespielt? Und schon da noch Freizeichen, weil ich das nicht wusste, Digga. Ja, sorry, Bro. Ich bin wirklich so semi drinne, Leute. Ja, wir könnten Club auch erreichen über Party halt. Vielleicht über so Bier und shit, you know? DJ im Bar. Oh, ja, stark. Stark. Das könnte Club sein. Party? Okay, ist gut. Ja, let's go. Okay, Club ist stark. Boah, wenn das Club wäre so hart. Neuer und Club. Oh, fuck. Ja, das Gefühl, wir müssen irgendwie auf Football Club kommen oder so, you know? Germany und Mountain funktionieren. Für Bavaria. Alpen. Matterhorn. Nice. Okay, wir haben Bayern. Bitte gib mir Bayern München. Nein. Vielleicht mit Football. Ja. Alright, let's go. Okay. Big Progress. Jetzt Pick? Oh, niemals. Aber vielleicht. Mittelfeld. Bro, das wäre so krass. Ja. Let's go. Oh, mein Gott. Okay, wir müssen jetzt von Schweinsteck irgendwie auf Bastian kommen, Digga. Das wäre das einzige Video, das uns jetzt was bringt. Wenn das nicht kommt, sind wir gefickt. Celebrity? Oh, das ist stark, ja. Das haben wir, glaube ich, vorhin gemacht. Da hat es den Namen gemacht. Oh, bitte, Bro. Bitte, Bastian wäre so stark. Ja. Oh, mein Gott. Digga, guter Kommen mit dem Solemn-G, Digga. Das hatten wir vorhin auch bei Beckham. Okay. Alright, ladies and gentlemen. Come on. Oh, mein Gott. Näher ist das, kommen wir nicht. Warte, vielleicht kommen wir doch auf Basti. Okay, wir probieren es erst mal. Alright, come on. Okay. Ich glaube, du brauchst Streamer. Hm, hm. Das kann sein. Okay, ich gehe ganz kurz auf Toilette, dann machen wir weiter. Definitiv kein Fake. Ich weiß nicht, ob ich mich spoilern lassen will. Ich bin ehrlich, ich bin der, der vor 2,5 E-Stone-Etat mit dem Bastigi-HG-Pro. Das war Fake. Ich glaube nicht, dass du Bastigi-HG bekommen kannst, Omega-Lul. Nein. 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 Das kannst du jetzt nicht mehr droppen, Bro. Das, nein, 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 nein. Bro, das kannst du jetzt nicht mehr droppen, Digga. An dem Punkt, wo wir jetzt gerade waren, Digga, hättest du es einfach mit ins Grat nehmen sollen. Ich glaube, wir müssen aufgeben, Chad. Ich glaube, nach dieser Donation müssen wir aufgeben. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Es wurde mir unfassbar krank empfohlen. Ich soll das spielen. Es soll übertrieben krass sein. Okay, Wilbo, warte mal. Wilbo will mich gerade eins vor ermoicheln. Ich will nicht den machen, aber Football Human Human is Gamer. Also du kannst es noch tryen. Ist besser wie das Video. Oh mein Gott, Bruder, nein. Nein, Bro. Ist das krank. Wir tryen es. Aber auf ultraschnell. Football. Human. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Digga, ich habe drei Stunden gesessen hier. Boah, das macht mich so sauer gerade. Ist das krass. Oh mein Gott, ist das krass. Das macht mich so sauer. Okay. Nee. Okay, wir haben die Frage, wenigstens haben wir die Frage beantwortet, Chad. Diese beiden Sachen funktionieren nicht. Okay, jetzt gibt es noch eine Sache zu klären. Ansonsten ist es hoffnungslos. Wenn diese beiden Sachen nicht zusammenpassen, Chad, dann müssen wir leider den Typen, der das vor drei Stunden donated hat, das ist passige Ergebnis, müssen wir da reparieren. Bro, ich wurde drei Stunden lang verarscht, Bro. Bro, ist das krank. Bro, ist das krank. We did it. Let's go. Let's go. No way. Ich habe zwei Sekunden aufs Handy geguckt und dann steht es da. Ja, Bro. Let's go. Let's go. Let's fucking go. Easy, Bro. Holy shit. Easy. What the fuck. Ich glaube, ich glaube, wir haben es. Okay, gut. Ist dann Zeit, das Ganze zu schließen. Alles klar.